Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video S19 CP und heute machen wir Dünger und Seelen. Heute kommt es zur Folge von CP Tutorial, weil ich letzte Folge vergessen habe, das zu machen, damals letzten Samstag, keine Ahnung was los war. Ich zeige euch eine Version, die ist die einfacher. Wir stehen hier am Feld, Feld 22, wir wählen das hier aus. Ähm, dann gehen wir einfach hier, Kurzgenerierung, dann gehen wir aus, Feld 22, wo wir hier stehen, 17 Meter, müsst ihr nochmal nachgucken, ob das wirklich 17 Meter sind, äh, könnt ihr einstellen, müsst ihr immer von der Karte ausgucken, hier ist Norden, Süden, Norden halt, ja, das ist ja hoffentlich alle, äh, könnt ihr hier auswählen halt, wie wir wollen, aber meistens, viele haben das immer eingestellt, hätte ich auch gemacht, ähm, ja, hier könnt ihr Vorgänder einstellen, könnt ihr auch das Nachwände machen, zum Beispiel wenn hier Gräben sind, würde ich hier Vorgänder machen, oder wenn wir hier Bäume sind, würde ich vielleicht ein Vorgänder machen, ähm, ja, wir gehen das Ganze, und Schub ist ja kurz da, dann sagen, ey, fahr zu, klappt das Ding aus, ähm, das war schon, also, ganz easy, so, jetzt kann man sagen, am letzten Tag, sagen, dass er dann sagt, ey, Brot, ich will fertig mit Kalten, ja, ähm, die zweite Version ist, man fährt einen anderen Kurs an, zum Beispiel von, vom Feld bis zum Silo, wo der Kalk abholen soll, und wieder hier hin, dann würde er halt machen, dass er, ähm, wieder leer ist, wenn los, fährt er zum Kurs, wo wir gerade angefangen haben, fährt so vom Feld aus zum Silo, fährt auf, fährt dann zurück, und fährt dann wieder dahin, wo er auch aufgehört, dann macht dann weiter, ey, aber ist halt auch nicht schwer, einfach nochmal, schon mal den Kurs nochmal anfangen, sobald ich weiß, und, äh, ja, äh, ja, genau, ähm, Schub und Enten, das ist, ähm, ja, ist halt nicht schwer, das Ganze, äh, ja, also, wie gesagt, liebe Frau, ist mein ganzes CP, äh, CP, könnt ihr alles in die Kommentare schon schreiben, ähm, ja, ich versuche euch dann best, bestens, wie es geht, euch zu beraten, oder zu mir helfen, wie es halt geht, und, ja. Also, wenn euer Feld hier nicht drinsteht, gibt's auch, zum Beispiel, sitzen da die Endeffmarsch mit Wiesen, wohl hier nicht eingezahlt, oder generell Wiesen, oft auch. So, ihr müsst ja einmal, draußen rumfahren, hier, außen rum Feld fahren, und dann, steht da auch, aktuell geladener Kurs, dann könnt ihr da super arbeiten. Und dann wird, wenn jetzt hier zum Beispiel ein bisschen dreht, sieht man auch, die Arbeitsbreite, natürlich, ist halt so, dann sieht man, ah, ja, noch ein bisschen, ja, das könnte, ah, ja, das könnte besser noch ein bisschen, ein bisschen weniger immer so, wie, äh, da lässt ja nicht so viel an den Kanten bestehen. Ja. Ja. Großartig gibt's dann nicht mehr zum Sagen, zu dem Thema, zu dem Schlusspunkt, und wir sehen uns dann nachmittag, dankeschön wieder, zu einer neuen Folge, haut rein, ciao.